Uns erwartet ein regelrechter Wintereinbruch und zwar mit allem drum und dran, mit Sturm, mit Schnee und ganz viel Regen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, hier bei uns beim Wochenendwetter. Am Freitag trifft eine Kaltfront Deutschland. Das bedeutet, die Schneevergrenze wird absinken und das heißt, auch in den tiefen Lagen wird es zu Schnee kommen. Besonders betroffen davon ist der Süden und der Osten des Landes. Im Nordwesten hingegen wird es eher sehr viel regnen. Aber im ganzen Land wird die Sturmgefahr zunehmen. Besonders am Alpenrand und an der Nordsee kommt es zu heftigen Sturmbönen. Am Samstag bleibt es kalt und winterlich, nur im Westen kommt etwas mildere Luft ins Land. Da wird es dann sehr viel regnen, aber im Osten und Südosten des Landes kommt es zu Schneefall und dieser Schnee wird auch liegen bleiben. Am Sonntag haben wir dann ein ähnliches Spiel. Besonders im Osten und Süden des Landes haben wir Schnee, im Westen wird es eher regnen, aber die Temperaturen werden insgesamt abnehmen. Das heißt, warm einpacken.